Wir sind heute beim Provinzial Kallmund Cup in Bremen an der Mosel. Im Schatten des Kallmund, Europas steilstem Weinberg, findet heute ein großes E-Jugend-Turnier statt. Mit Unterstützung der Geschäftsstelle Helmut Brück aus Zell bieten wir den Kindern viele tolle Attraktionen und Aktionen. Auch neben dem Feld gibt es weitere tolle Attraktionen. Oben läuft derzeit eine Tombola mit ganz tollen Preisen. Daneben werden gleich Teamfotos von allen Teams gemacht. Hinter mir seht ihr den Triple Parcours, das Torwandschießen und auch die Geschwindigkeitsmessung, wo die Kinder wirklich heiß drauf sind. Ein toller Tag hier am Fußball des Kallmunds an der Mosel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017